Musik Hallo, willkommen beim Tele-Stand-Tisch zur Besprechung der Dokumentation Game of Thrones The Last Watch. Das ist eine Dokumentation, die uns aufzeigt, wie die finale Season Game of Thrones entstanden ist. Regie führt Genie Finlay und diese Doku dauert 105 Minuten. FSK sind wir uns gerade etwas uneinig. Wir mussten auf jeden Fall bei Sky, dort könnt ihr sie sehen, unseren Jugendschutz-Pin eingeben. Also ist es wahrscheinlich FSK 16, Darsteller bei der Dokumentation. Ich glaube, es ist klar, wer der mitspielt und ich mache das heute nicht alleine. Ich habe unseren Game of Thrones-Super-Experten Dominik an meiner Seite. Hallo Dominik. Hi. Dominik, wir haben uns heute die Dokumentation angeguckt, die seit dem 27. Mai bei Sky verfügbar ist. Wir beide haben uns diese Dokumentation schon ein bisschen herbeigesehnt, haben sie jetzt geguckt und sind hier, um unsere Meinung kurz zu tun. Und meine erste Frage an dich ist, was hast du von dieser Dokumentation erwartet? Ähm, ich habe erwartet, dass ich noch mehr hinter den Schaffensprozess dieser Staffel gucken kann, als eh schon in diesen sehr ausführlichen Game-Revealed-Videos, die es ja auf YouTube gab, zu jeder Folge nahezu. Und ich hatte mich geärgert, dass es das nicht gab zu Folge 6. Weil mich das eigentlich besonders interessiert hätte und ich muss zugeben, das hier ist ein adäquater Ersatz gewesen. Ja, durchaus. Also ich weiß nicht, was du bislang so vom Echo gehört hast, also vom Presse-Echo oder Meinungsecho. Ich habe jetzt oft gelesen, dass viele enttäuscht von der Dokumentation sind, weil diese Dokumentation von dieser Jeannie Finlay zwar durchaus auch die Darsteller zu Wort kommen lässt und auch sie zeigt bei ihrer Arbeit, aber im Prinzip wirklich, ich sag mal, die etwas kleineren Zahnräder dieser Serie porträtiert. Als Beispiel, wir haben einen Herren, der heißt Del Reed, der ist halt nur für den Kunstschnee verantwortlich. Ja, stimmt. Ja, ja. Es wird auch der Wladimir Fudig, oder wie heißt der Herr? Ja, Wladimir Fudig, der Night King. Genau, der eigentlich Sandman ist bei der Serie und den Night King jetzt gespielt hat. Mhm. Vielleicht sollten wir vorweg noch eins sagen, wir werden in diesem Podcast wahrscheinlich wichtige Sachen aus Game of Thrones spoilern. Ja. Ja, also seit dem Gewahr. Ja, das nochmal vorangeschickt. Und die Doku spoilert auch viel, also wer sich die anguckt, sollte wirklich die gesamte achte Staffel inhaliert haben. Ja, das stimmt. Eine Sache, die der Doku vorgeworfen wird, ist auch, was finde ich total bizarr, ich habe irgendwo gelesen, dass die Doku einem weismachen will, dass sie total viel Stress haben, aber alle Macher immer total frisch und vital wirken. Und dann frage ich mich, was haben die Leute erwartet? Also, das fand ich ein bisschen frech, diesen Vorwurf. Hattest du das Gefühl, dass die die ganze Zeit frisch und vital wirken? Ähm, eigentlich nicht. Ich hatte den Eindruck, dass sie durchaus ein professionalisiertes Verhalten an den Tag legen und jetzt nicht da irgendwie, weiß ich nicht, in Tränen aufgelöst sitzen. Also, das konnte ich überhaupt nicht verstehen. Und man hat trotzdem die Anspannung gemerkt bei allen, fand ich. Also, die hatten auch wirklich einen wahnsinnigen Druck. Sie sagen zum Beispiel an einer Stelle, sie haben hier praktisch eine, also vom Aufwand her haben sie praktisch eine vollwertige Kinoproduktion mit dem Ablaufplan einer TV-Serie. Und man darf halt nicht vergessen, die Leute, die da arbeiten, die haben sich ja mit diesem Zeitmanagement auch so ein bisschen arrangiert, weil die ja fast alle seit der ersten Staffel mit dabei sind, ja. Eben. Und es gibt da so eine sehr schöne Szene, da ist eine Mitarbeiterin, ich glaube, die ist für die Make-up-Effekte zuständig. Und die sieht halt dann nach elf Wochen Nachtdrehs ihre kleine Tochter endlich mal wieder, ja. Ja. Das ist halt auch ganz herzlich. Und ich finde, klar, die laufen nicht mit Augenrängen rum und sind die ganze Zeit am Jammern, ja. Aber ich finde, dass die Doku durchaus klar macht, was für einen Riesenaufwand und was für eine Riesenarbeit hinter der finalen Staffel steckt. Definitiv. Also, vor allem diese Nachtdrehs, da merkt man schon, also, da geht ja dann irgendwie auch so der Running-Gag rum. Ach, die wievielte Woche ist das jetzt? Die 15. Ach, doch, erst die 9. Oh, Mist, weil insgesamt hat es ja, glaube ich, irgendwie 14, 15 Wochen gedauert. Also, 55 Drehtage bei Nacht. Und man merkt auch, dass, also, da wird zum Beispiel auch der Regisseur Miguez Apocznik gezeigt, die müssen sich auch so ein bisschen mit diesen Gegebenheiten arrangieren, ne. Und dann heißt es auch, ja, es war jetzt nicht meine Idee, aber Dan und David wollten halt bei der Staffel noch was viel Größeres haben. Ja, also, das fand ich wirklich sehr interessant. Man muss halt sagen, dass David Benioff und E.B. Wise tatsächlich, glaube ich, nur so Randerscheinungen sind. Die kommen, glaube ich, kaum zu Wort. Man sieht sie mal hier und da, wenn sie irgendeinen Vortrag halten. Aber es gibt jetzt keine expliziten Interviews mit ihnen. Fand ich, war auch gar nicht notwendig, weil ich es sehr charmant fand, wie gesagt, dass die Doku sich um die kleinen Zahnräder gekümmert hat. Wobei, das soll auch gesagt werden, die großen bekannten Namen, wie zum Beispiel Sophie Turner, Kit Harington und so weiter, die kommen durchaus auch vor. Ja, aber die kommen jetzt, also die kommen nicht am Rande vor und es wirkt jetzt auch nicht irgendwie erzwungen, dass sie vorkommen. Sie kommen einfach vor, Punkt. Sie kommen auch immer in Verbindung mit denen, also wenn dann zum Beispiel irgendwie in der Maske sitzt, ja, weiß nicht, dann kommt halt Emilia Clarke rein und kriegt ihre Perücke verpasst. Und dann gibt es auch Gespräche zwischen ihr und der Herstylistin und dann merkt man halt auch, wie eingespielt die sind. Und auch so dieses, mein Gott, mir wird jetzt gerade mal bewusst, das ist jetzt dein letzter Drehtag, he? Ja, und dann von wegen, wie war denn der erste Tag, als du hier reinkamst und wie lang ist das her? Das wirkt da eigentlich alles sehr vertraut und es wird ja auch immer behauptet, also man muss natürlich sagen, also in so Promomaterial wird ja gerne mal irgendwie, ach ja, wir haben uns alle total lieb gehabt und das war so ein toller Zusammenhalt am Set und wir werden es ewig vermissen. So bei Promo-Making-Offs ist das manchmal schon so ein bisschen gestellt, hat man den Eindruck. Hier hatte ich das hingegen gar nicht. Das wirkte so intim und wirklich familiär und wenn dann auch Keith Harrington am Ende kurz irgendwie sagt, nach seinem letzten Dreh am Set, wenn er da irgendwie auch eine kleine Rede hält und dann wirklich man merkt, was ihm das bedeutet hat. Also das wirkte überhaupt nicht aufgesetzt auf mich. Ja, was auch eine schöne Szene war, da habe ich jetzt auch gelesen, das ist wohl die Lieblingsszene von vielen Fans ist, wenn man dabei ist beim Table Read der finalen Staffel, eine Sequenz, die glaube ich gerade mal eine Minute oder zwei Minuten dauert. Und da ist es ganz schön, wenn die halt, also zur Erklärung Table Read ist, die Darsteller sind halt alle vor Ort und lesen ihre Rollen vor in einem Raum. Ja, und sie lesen das Drehbuch dort auch zum ersten Mal und es ist sehr schön, wie die Darsteller halt so mit kleinen Blicken und Gesten reagieren, wenn halt eben ihre Figur oder die Figur eines anderen halt eben hops geht. Das fand ich ganz sympathisch und nett. Ja, ich denke mal, davon haben sich viele noch mehr erhofft einfach, ne, davon, von dem Szenario zum Beispiel. Das fand ich aber wiederum eigentlich sehr gut. Was, was ich sehr schön fand, dass sie auch tatsächlich auf diese ganzen Finden oder, oder falschen Pferden, die sie da gestreut haben am Set, dass da sogar kurz drauf eingegangen wurde. Also man hat sogar gesehen, dass hier Tom Vlaschiha, der ja Jaquan Hagar gespielt hat, diesen Gesichtslosen, der war plötzlich am Set. Da wollten sie halt die Schauspieler mit verwirren, ne, in gewissen Szenen. Und da haben sich ja einige Mythen drum gerankt oder Keith Harrington erzählt auch einmal, als er irgendwie aus seinem Hotelfenster geguckt hat, war da vor dem Fenster eine Drohne. Also von wegen, sie haben keine Privatsphäre mehr. Ich fand es wirklich einen schönen, intimen Blick und es hat mich auch, weil ja oft dieser Herr der Ringe-Vergleich gezogen wird, ich hab ihn ja auch selber gezogen in unseren Recaps. Mehr als einmal, ja. Ja, mehr als einmal. Bei Herr der Ringe gab es ja auch so eine ähnliche Doku damals, nämlich, anfangs war die nicht so bekannt, aber sie ist Teil der Blu-ray-Box. Also man hat ja bei Herr der Ringe, hat man ja immer diese Bonus-Disc und pro Film sind das zwei Stück. Und dann gibt es noch eine andere, das sind diese Costa-Bootz-Dokumentationen. Und die funktionieren ähnlich. So in etwa muss man sich das vorstellen. Nur mit dem Unterschied, dass man jetzt hier eigentlich mehr die Perspektive der, ja sag ich mal, Angestellten hat. Also da hattest du ja gerade schon erwähnt, da ist diese Make-up-Artistin und sie und ihr Mann sind beide am Set. Ihre Tochter ist also mehr oder weniger komplett alleine oder mit der Oma oder was auch immer. Und es ist dann halt schön, wie die nach diesem wirklich wochenlangen Dreh, wie die Tochter dann sogar irgendwie noch eine Statistenrolle bekommt in der Endszene. Ja, Statist ist ein gutes Stichwort. Denn der heimliche Star dieser Dokumentation ist ein, ich glaube ihre, namens Andy McClay. Der wirklich, also das Ulkige war, der ist seit fünf Jahren dabei, wird er erzählt. Er ist halt Statist und der ist halt immer an der Seite von Jon Snow gewesen. Und dann zeigen sie halt so ein paar Szenen und dachte mir, ja stimmt, ich kann mich an dieses Gesicht erinnern. Stimmt, ja, ja, ja. Ja, und der ist so das, ich würde sagen, fast schon das Herzstück dieser Dokumentation. Und da wird halt auch gesagt, was es für ihn bedeutet und man glaubt ihm auch jedes einzelne Wort. Also wenn er sagt, wenn Action gerufen wird, dann ist der in Westeros und das glaubt man ihm sofort. Der ist mit so viel Energie und Ehrgeiz dabei. Ist echt, also das ist, also nach der Dokumentation hatte ich echt Bock, mit dem ein Bier zu trinken. Ja, und der gehört auch so richtig schön zur Familie, ne. Also man denkt sich ja normalerweise, ja gut, Statisten, die stehen dann da irgendwie rum und die Schauspieler gehen da einmal an ihm vorbei. Und er hat dann ja auch erzählt, dass er irgendwie so einen Fall hatte, wo er da mit einem Kollegen stand und Keith Harrington kommt vorbei auf einem Pferd. Und begrüßt seinen Kumpel da erstmal, als ob das irgendwie ein langjähriger Kamerad von ihm wäre. Und er hat dann am Ende, also er erzählt das irgendwie auf der Mitte der Dokumentation, am Ende hat er ein relativ ähnliches Erlebnis. Dass dann Keith Harrington ihm, glaube ich, einen Handschlag gibt und dann so sagt so, ja, wir sehen uns, Mann. Ach, scheiße, ist ja letzter Tag. Okay, pass auf dich auf. Ne, das fand ich, fand ich sehr schön und das wirkte auch überhaupt nicht irgendwie gestellt für die Kamera. Also, Ginny Finlay ist ja eine reine Beobachterin und das funktioniert eigentlich sehr gut tatsächlich. Es ist auch interessant, wenn man halt sieht, wie diese, wie Königsmund halt entsteht auf so einem Gelände neben dem üblichen Belfast-Studio. Ist das schon erstaunlich und man kann halt wirklich zu der finalen Season stehen, wie man will. Aber was da für ein Aufwand reingeflossen ist, ist beachtlich, unabhängig davon, wie man jetzt das Ergebnis findet. Ja, sie haben dieses, das wird ja hier auch nochmal erwähnt, also im Making-of hat man es auch schon gesehen, aber hier jetzt wirklich nochmal, sie haben sieben Monate, haben sie dieses Set von King's Landing, was dann durch den Drachen zerstört wird, haben sie gebaut. Also, sie sagen es wirklich, wir haben innerhalb von wenigen Monaten haben wir eine ganze Stadt gebaut und das sind auch wirklich sehr schöne Details. Da sind, wenn dann auch kurz irgendwie Statisten gezeigt, ja, ich, meine Rolle ist, ich sitze hier gemütlich auf der Bank und dann merke ich, dass es Panik gibt und dann kriege ich plötzlich auch Panik und versuche meine Blumentöpfe zu retten oder sowas ähnliches. Fand ich, fand ich alles sehr schön und ja, es wirkt da alles so, so ungezwungen. So, dieser Alltag kam auch sehr durch, also da war zum Beispiel diese Catering-Tante, die, die diesen, ja, wie so eine getunte Pommesbude. Und dann, dann hat sie irgendwie auch erzählt so, ja, am Anfang habe ich mir eigentlich nur selber Sandwiches gemacht und dann hat irgendjemand das Spitz gekriegt, dass ich mir das mache und dann wollten alle plötzlich welche haben. Man, man merkt halt wirklich, dass die, dass die jahrelang damit zu tun hatten und am Ende wird halt nochmal der Fokus auf diesen langjährigen Statisten gerichtet und im Abspann ist das dann nochmal sehr schön, dass man dann sieht, was er jetzt macht. Ja, er macht jetzt Fantouren durch Belfast und was man davon sieht, macht er das sehr gut und sehr amüsant. Ja, und er stellt halt auch immer schöne Bezüge her zu seinen Gastauftritten, ne? Also, da wird dann eine Szene aus der fünften Staffel gezeigt, wo er tatsächlich im Bild ist. Aber ich war dann auch am Überlegen, weil da spielt er dann ja einen von Stannis-Männern. Ich, ich, ich war die ganze Zeit am Überlegen, weil das Gesicht kam mir wirklich bekannt vor, weil es gab so einen bärtigen Typen, eine, eine dieser Wachen von Winterfell in der siebten Staffel, die Arya nicht reinlassen wollen. Und ich war wirklich erst mal überlegen, ob er das ist. Das wäre zu cool gewesen, glaube ich. Und wer, wer, das muss ich auch nochmal hervorheben, wer halt wirklich auch eine coole Sau ist in der Doku, ist Wladimir Furdik, hatten wir ja vorhin schon mal erwähnt, der den Night King verkörpert hat. Dann auch irgendwie so meinte, ja, mir macht das schon irgendwie Spaß, aber ich freue mich dann doch, wenn ich mal wieder irgendwie eine Treppe runterrollen oder mich anzünden lassen kann. Das ist irgendwie ein langjähriger Stuntman und es gibt eine sehr geile Szene, wo spanische Fans irgendwie auf Kit Harington zustürmen. Das ist auch sehr lustig, sie nennen ihn nämlich alle Kit, ja. Und dann, dann steht Wladimir Furdik im Hintergrund so, Gott, wie kann man denn noch irgendwie, wie, wie hat man noch sowas wie Privatsphäre? Und dann geht er so rüber, ja, weißt du was, jetzt, jetzt gucke ich mal, ob die mich auch kennen. Dann fragt er so in die Runde, ja, wer bin ich? Ja, der Night King. Und dann war er völlig überrascht und hat Autogramme gegeben. Großartig. Ja, okay. Gut, bevor wir jetzt noch mehr einzelne Szenen der Dekopulation hier auseinandernehmen, kommen wir, glaube ich, zu einem Fazit, weil wir wollten eigentlich nur acht Minuten machen, wir haben jetzt fast verdoppelt. Sorry. Und ich kenne dich, Dominik, wenn du einmal damit antragst bei The Hammer of Thrones, bist du nicht zu stoppen. Nein, nein, ich hätte jetzt auch nichts mehr, alles gut. Ja, dann würde ich sagen, fangen wir an mit dem Fazit, ich dränge mich mal einfach vor. Ich gebe gut gemeinte dreieinhalb Punkte, denn man erfährt eigentlich nicht viel Neues. Es ist wirklich eine reine Beobachtung, die sehr charmant ist, die durchaus vielleicht hier und da noch ein paar mehr Details hätte verraten können. Aber insgesamt war es wirklich, gerade jetzt eine Woche nach dem Ende von Game of Thrones, ein schöner Abschluss des Abschlusses für mich. Und wie gesagt, dreieinhalb Punkte von fünf, gut gemeinte dreieinhalb Punkte. Wer Fan ist oder wer die Serie gesehen hat, kann da gerne nochmal 105 Minuten reininvestieren. Es lohnt sich. Und ja, ich übergebe an dich. Ja, ich kann mich da relativ anschließen. Ich vergebe tatsächlich auch dreieinhalb von fünf. Es ist eine gute, sehenswerte Dokumentation. Wie gesagt, wenn man diese Costa Boots-Dokus von Herr der Ringe kennt oder vielleicht auch bei Harry Potter gab es sowas ähnliches auch mal, als Harry Hogwarts verließ. Das war auch vom Fokus eher auf kleinere Leute im Hintergrund. Und dann ist das eine durchaus charmante Produktion. Ich hätte mir vielleicht ein bisschen mehr Fokus noch auf diesen Statisten gewünscht tatsächlich, weil das Ganze beginnt, glaube ich, mit ihm und endet auch mit ihm. Und er taucht dann zwischendurch auch mal wieder mal so auf. Aber das hätte man vielleicht noch ein bisschen mehr, ja, konzentrierter erzählen können an der Stelle. Ja, die Doku ist sehr sprunghaft, das stimmt, ja. Ja, und ansonsten absolut sehenswert. Gerne anschauen. Auf Sky-Ticket. Dann war's das für uns. Und ich glaube, das war fast unsere letzte gemeinsame Game of Thrones Experience hier, ne? Fast, genau. Fast. Denn in ein paar Minuten nehmen der Dominik und ich noch einen letzten finalen Game of Thrones Podcast auf. Und freut euch drauf. Und ich sag tschüss. Vala Morghulis.